Und so, dann sind wir wieder. Das Eck nimmt die Werten vom Koch an sich. Danke, dass sie auf die Daten aufgepasst haben. Wer hat 400 Pink? Alles klar. Die ist auch allein gekommen. Sehr gut. Du weißt schon ganz genau, wie wichtig das für uns ist. Hoffen wir einfach, du bist allein gekommen. So, wie gesagt, wir dürfen uns nicht zulassen, dass jemand das herausfindet, dass wir heute Abend alle Mandalorianer zum Biertreffen eingeladen sind. Bei der Bar. Wir sind jetzt weg. Also jedenfalls, ich bin weg. Du kannst hier noch auf dem Dach laufen. Ich hoffe, ich halte auch auf der Zelle so viele NPCs aus. Die Wurzeln. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit der Zelle. Dann kann ich jetzt noch zwei Mal mit der Zelle. Ich werde jetzt noch zwei Mal mit der Zelle. So, ich habe jetzt noch zwei Mal mit der Zelle. So, ich habe jetzt noch zwei Mal mit der Zelle. Na, ist sie gut. Schau mal kurz mal auf, wie weit sie sind. Alles klar, als ob die jetzt so nach oben fahrt. Der eine der gerade zurückgelassen war, dass wir uns zu uns leiden müssen die nächsten zwei Stellen nehmen. Der ist jetzt nach unten gefahren? Als ob die oben war! Hey! Klickekt. Guck. Kopiert. Die. Daten. Versteck. Die. Versteck. Die. Daten. Hinter. Werbungen. Werbung. Daten. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ach, sie haben sich verlaufen? Ja, ähm, wir wollten wieder gehen. Ja, wir wollten... Wir werden bestätigen. Anderbein. Oh, warten wir. Wollen wollen wir dann? Kann ich ihnen irgendwie weiterhelfen? Wir sind hier für Martig... Martigting Verteilung zuständig. Für Werbung und so weiter. Für diese Bar. Können Sie das bitte wiederholen? Wir sind für Martigting zuständig. Also für Werbung von dieser Bar. An denen kann ich jetzt irgendwie nicht weiterhelfen, oder? Und das ist sehr gut. Dann... Äh, mach nicht mal bitte Platz. Meine Herren! Schreckelt eure Ideen weiter an. Was ist das hier? Wir machen hier Werbungen und so weiter. Hier haben wir den Umsatz von dieser Bar. Geht heute ziemlich gut, weil heute viele Mandalorianer bei der Bar ist. Gehört Ihnen? Gehört Ihnen diese Kneipe? Nein, diese Kneipe gehört einem Cousin von mir. Und der hat mich als Management angestellt. Also ich kümmere mich hier um die Sachen. Dürfte ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, natürlich. Die nehme ich mir kurz an. Hier war ich gegen. Nehmen Sie die. Gucken Sie, ob sie richtig sind. Ob sie sterben. Ne, machen Sie es. Die sind zu 100% richtig. So, jetzt könnte ich wieder mit Ihnen reden. Ich habe meinen Funk kurz ausgestellt. Nein. Also, gibt es was daran zu meckern? Aber es ist richtig so. Nichts. Soll ich die Idee? Meine Herren wiedergeben? Wäre gut, weil ich brauche meine Existenz auch wieder zurück. Nein. Dürfen wir nun hier in Ruhe weiterarbeiten? Und was arbeiten Sie denn gerade? Werbung und so weiter für die Bar hier. Ah. Daanken Sie die Vakigen. Blumen zum pipes zu kommen. Hmm, so ne sixtanns. Wo war ich nochmal? Wie war es noch immer? So in dergradigen Zeit. Also die sind dieistling. Weil es sind ihre Kürten. Von ner quaes. 60 schlösch ekt schlösch ekt schlösch ekt durch fenster schlösch 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 Sehr gut, das Schiff haben wir. Scheiße, ich brauche jetzt ein Schiff. Was ist das denn? Wir nehmen jetzt einfach das hier, oder? So, keine Werbung wäre auch nett, Schlesch, Funk, Nein danke, ich will nicht zum Spiel eingeladen werden, Schlesch, Funk, Jack, An. Klon, Soldaten, das war mal einfach die Gärten zu klauen. Meine Papiere waren falsch. Scheiße. Schlesch, Eck, startet, den, Kupo, Raum, Sch, Sch, Brum, 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 Sch, Br hier sind die eben dran nicht hier waren oder nicht die daten die wir gesucht haben das passwort 0171 der kanzler ist schön ein geben den code ein 10 713 der kanzler schön geben wir einfach den code ein den code den ich ihnen gerade gesagt habe 10 371 der kanzler schön und wir haben jetzt nur einen zugang sehr gut das sind ja die daten die wir gesucht haben sehr gut ich darf sofort zurück zu bar sich wieder bringen sie sie können eben sie können sich wie nennt man das an so eine linie hinstellen wie man das auch mal nimmt ich nichts wissen ich nur generator wir sollen uns an der versammlung dem hausgebäude umstellen und versammeln so die st sie rufen dann jetzt alle jeweils einer der mal hier ordentlich hübsch aussieht so wir sollen alle beim hq treffen ich mache jetzt das funke mit aus wenn es so nicht ja ich werde an eurer stelle das funke mit aus machen wenn sie dann auch jemand freien labern die auch er hat nicht gewollt alle alle in den versammlung die da drüben auch hierher kommen die soll der ist nicht anwesend und diesen trip ist auch nicht anwesend wo jetzt ihr kommande ist da sind alle hier da kommt er und dann nehme ich den auch noch mit so wo ist einer einsatzleiter die aufgabe gegeben habe sich an die zählung zu kümmern geistig abwesend okay so ja ich habe gesehen ihr habt die daten gefunden wie seid ihr auch an die daten gekommen wer von euch hat überhaupt die daten gefunden ja und wo haben wir die gefunden wir haben das daten pad vor dem hauptquartier gefunden warum vor dem hauptquartier mein gut aus der richtung kam der mandalorianer auf jeden fall und wo ist der mandalorianer das wissen wir also das weiß ich leider nicht also so wie das in dem funk rumgeschrien wurde ist er tot hat er irgendwie eine kopie davon gemacht oder so ja ich habe einige daten über den hauptrechner über den mandalorianer heruntergefunden heruntergeladen und dann habt ihr jetzt den bekannten standort und sowas ok wir wollten wir gesehen ok ok drei mal kopie gemacht warten sie mal ich habe den funk bekommen das ist schlecht anscheinend hat dieser typ drei kopien gemacht wovon denn wohl von pet oder nicht kodi sind doch gut oder nicht wenn sie mal überprüfen ob davon wirklich können wir überprüfen und das von diesem hat hier wirklich irgendwie kopien gemacht worden ist kurz mal hier ist der pet hier ist der pet dann überprüfen sie mal ist die einfach überprüfen ob davon wird kopien gemacht worden ist wir werden dann jetzt mal abwarten bis kodi dann neuigkeiten hat und sie warum stehen hier weil ich cool bin ja ich mag ihre rüstung aber nicht bitte herunter stellen st kümmern sie sich mal darum ich mache gerade video aber das kann ich ja ausblenden was kodi haben sie schon neuigkeiten haben wir raus können der typ war mehrmals das ist das ist schlecht meine herren es könnte vielleicht möglich sein dass die tage vielleicht der kanzler zu euch hinkommt und wegen den daten weil es vorher anscheinend jetzt gesagt dass mehrmals irgendwelche oder ja aber auf den daten überhaupt drauf wichtige unterlagen über den ganzen sind und so weiter waren ihnen nichts an hier waren die und so weiter bewacht werden und so weiter das heißt der typ könnte jetzt genau wissen dass genau links neben mir auch jetzt ein st gerade ist und rechts nehmen wir keine sts war nur ein kodi der ja das heißt ja ihr werdet irgendwann laufende laufende tage irgendwie ja befehle bekommen um diese kopien wieder zu beschaffen ja ich denke mal ihr könnt in drei minuten die waren wir die jetzt ok kommen alle kodi können sie irgendwelche empfehlungen hier lassen es ist auch eigentlich nicht so viel zum schießen eigentlich normalerweise wieder so äh wer war der nächste aber an oder ja dann los und zwar ist halt auch gut es hat spaß gemacht wie halt auch die gleiche stadt zu laufen und halt auch den ablopäckner zu schießen ok 501 also wenn noch jemand was und wie vielleicht kodi sonst keiner ok dann ja da da jeden keine sonnen oder genehmigung habt müsst ihr hinterher noch den planeten noch verlassen ist das ding komm mal an der kodi kodi ich brauch dich also äh ja wollen sie oder er ist sie sich darum kümmern für den heimweg nee ne ok wir kümmern sich um den heimweg ich bin dann erstmal weg im gebäude und muss etwas nachschauen ich wünsche ihnen auch alle noch ne nen guten dienst bei der republik so meine herren meine damen und herren Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.